Liebe Mitglieder der Freien Universität, liebe Studierende, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen mitten im Sommer 2021. Die vorlesungsfreie Zeit hat begonnen. Wenn wir jetzt auf die drei Corona-Semester zurückblicken, müssen wir aber sagen, die waren hart. Die meisten von uns werden die drei Semester als anstrengend und belastend beschreiben. Und zwar beruflich wie im Privaten. Und zu Recht. Ich bin Ihnen daher erst recht dankbar für Ihr Engagement und für Ihre Beiträge in dieser Zeit unter schwierigen Bedingungen. Ihre einzelnen Beiträge, die trotz alledem zusammengenommen die Freie Universität am Leben und am Laufen gehalten haben. In Forschung und Lehre, in Studium und in der Verwaltung. Wir, die Mitglieder der Freien Universität, haben viel geleistet in dieser Zeit. Und Sie haben enorm dazu beigetragen. Es war an der Freien Universität eben doch eine Zeit voller Lernerfolge und Einsichten, Glücksmomente, Erkenntnisse und Ideen. All das Lernen und Lehren, Forschen und Erfinden mag in den Zeiten der Pandemie weniger sichtbar gewesen sein. Aber es ist da. Wir brauchen das Licht der Wissenschaft. Diese Feststellung stammt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erst vor wenigen Tagen. Es mag sein, dass die letzten Semester später in den Geschichtsbüchern als dunkle Zeit beschrieben werden. Aber die taghellen Geistesblitze des Licht der Wissenschaft waren da und sie waren wichtig. Ich hoffe, dass wir im Oktober erholt, gestärkt und in Präsenz ins Wintersemester einsteigen. Und damit das Wintersemester an der Freien Universität zu einem ganz besonderen Semester wird, möchte ich Sie bitten, gehen Sie zum Impfen. Nur eine vollständige Impfung gibt verlässlichen Schutz. Und das gilt für uns alle. Und so hoffe ich, dass wir im Herbst auf dem Campus zusammenkommen können und dann Präsenzuniversität genießen und uns dabei wohlfühlen und sicher fühlen können. Und gehen Sie wählen. Wählen stärkt die Demokratie und es gibt die Chance, die Wissenschaft zu stärken. Welchen Rückhalt die Universitäten in Deutschland und in Berlin in Zukunft haben, auf welcher gesetzlichen Grundlage wir arbeiten und auf welcher Grundfinanzierung, auch das entscheidet sich an der Wahlurne. Ich danke Ihnen im Namen des gesamten Präsidiums der Freien Universität für alles, was Sie im Sommersemester geleistet und beigetragen haben und wünsche Ihnen eine erholsame und entspannte Zeit bis zum Wintersemester. Alles Gute!